A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Bei dem Himmel und bei Ad-Tarik. Und was lehrt dich wissen, was Ad-Tarik ist? Es ist ein Stern von durchdringender Helligkeit. Wahrlich, jede Seele hat über sich einen Hüter. Darum soll der Mensch denn bedenken, woraus er erschaffen ist. Erschaffen wurde er aus einer herausschießenden Flüssigkeit, die zwischen den Länden und den Rippen hervorkommt. Wahrlich, er hat die Macht, ihn zurückzubringen, an Tage, wenn die Geheimnisse enthüllt werden. Dann wird er keine Kraft und keinen Helfer haben. Und beim Himmel mit seiner Wiederkehr. Und bei der Erde, die sich spaltet. Dies ist wahrlich ein entscheidendes, letztes Wort. Und es ist nicht zum Scherzen. Wahrlich, sie planen eine List. Und ich plane eine List. Darum gewähre nun den Ungläubigen Aufschub. Ein klein wenig Aufschub. Darum gewähre. Darum gewähre nun.